Ich habe ein Barbie-Auto mit einem Bett, das ist pink, dunkelpink, das ist ein Bett, eine Küche, eine Pfanne, Muffins, Eiern, Teller, Becher, da gibt es eine Lampe, da gibt es zwei pinke Stühle, da kann man oben, da gibt es ein Gissen, eine Decke, auf dem Bett, auf dem Bett, ist das Bett groß? Ja, das ist groß, und dann gibt es meine Toilette, da kann man bei der Wanne, oben und da unten kann man schlafen, wie man will, und da ist noch gezeichnet, dass das von Barbie ist. Es gibt ein Auto, äh, ein kleiner Auto, da zusammen. Und du hast mir erzählt, dass man auch schön war.